Dieser Mann, der nicht als Muslim gestorben ist und vor Allah Azzawajal aufersteht, dieser wird bereit sein, an diesem Tag was herzugeben? Die gesamte Erde voller Gold, nur wegen was? Damit er nicht bestraft wird. Und du hast den Islam, der wenn du ihn richtig praktizierst, wie Allah damit zufrieden ist, so wirst du niemals, höre zu, niemals von Allah Azzawajal bestraft werden. Bei Allah. Und das ist die schöne Botschaft, die ich dir heute überbringe.